Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein Unboxing und zwar von einem Adventskalender, die auch manche schon bestimmt kennen, aber ich habe mir die bei Flakoni bestellt letztens und anstatt 24 hat ich bloß 17 Euro bezahlt, weil ich ein 30% Coupon hatte, wurde mir zugeschickt und ja, ich werde das jetzt unboxen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, manche haben bestimmt schon gesehen, aber ich habe noch nicht reingeschaut, was da alles kommt und am Ende des Videos könnt ihr noch was bei mir gewinnen und zwar von diesem schönen Kalender, freut euch drauf und ja und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video, zeige euch jetzt, was wir alles, was alles drin ist und viel Spaß dabei. So, ich packe euch hier zur Seite, da seht ihr dann besser, oder? Ich weiß immer nie, wie ich das, wie ich meine Kamera umstellen soll, aber ich glaube, es geht. Ihr könnt ihr den ganzen Kalender sehen, hoffe ich zumindest. So, und ja, meine Haare sind noch ein bisschen nass, weil ich geduscht habe gerade, aber die werden schon langsam trocken, aber stört euch nicht. Und ich wünsche euch jetzt endlich viel Spaß dabei. Die Sonne blendet ein bisschen. Mal schauen, ob mit dem Licht alles stimmt. So, wir machen mit dem Nummer 1. Hier oben ist das. Ich fand der allein optisch, allein vom Design her sehr schön, deshalb habe ich mir den bestellt. Schaut mal, wie sie es dir ausschauen. Kann ich meinem Kind Beatrice das vielleicht schenken? Zum Weihnachten befüllen und bei Beatrice, äh, bei Bruna, den anderen, die ich hatte, von, verlinke ich euch hier oben. Da. Ich weiß das, ich weiß das nie. Ist das hier? Bei den I. Mein, ähm, Action, äh, Adventskalender. Und ja, mornings take a little more coffee and a lot more Mascara. Aha. Schöner Spruch, ja. Eine Mascara von Essence. I love Extreme. I love Extreme Mascara. Die kenne ich gar nicht. Im Sortiment gibt es die, glaube ich, gar nicht. Oder? So sieht die aus. Die Nummer 1. Ich pack das jetzt zur Seite. Die Artikel, damit ich nachher schauen, was ich an euch verlosen werde. So, kommt wieder rein. Dann die Nummer 2. Ist hier ganz klein. Ganz klein. Uh, doch nicht. Schauen wir, was drin ist. Ja, mit Fingernägel ist immer so eine Sache, ne? Äh, äh, When in Double, Just Add Glitter. Irgendwas mit Glitzer, glaube ich. Und das kriegt er nicht auf. So. Ah. So, jetzt. Oh, schön. So ein Glitzer Nagellack. Äh, Epi Snow. So ein kleines Format. Werde ich bestimmt meinem Kind Beatrice schenken. Oder mal schauen. Weil sie mag gerne Glitzer, aber ich weiß ja nicht, ob sie Gold trägt. Ja. Fand ich auch schön. Schön, schön, schön. Und jetzt kommst du wieder hier rein. Nummer 3. Ah, die ist nicht mehr so schön wie die. Hm, naja. Oder? So. So. Nummer 3. Wo bist du? 3 hier. Shape it till you make it. Nach dem Spruch sagt mir nichts. Oh, schön. Mini Glitzer Nählpfeiler. Ah, wie süß. Aber kann ich grad nicht gebrauchen. Weil ich grad, äh, grad glatt genau. Grad Fingernägel gemachte mal habe. Und hier ist noch so ein. Mal schauen. Aber, äh, lasst euch überraschen, was ich am Ende an euch verlose. Bitte unbedingt schauen in die Infobox. Weil manche machen mit und schauen gar nicht zum Ende das ganze Video. Und dann wissen sie nicht, was, äh, alles, äh, Bedingungen sind. Und, ja. Unbedingt sichtbar. Ich hab letztens mein, ähm, ähm, von meinen, ähm, ähm, wie heißt der, von meinen, äh, 1000, 100, äh, 1500 Abonnenten endlich verlost. Da war auch nicht so leicht, weil ganz viele unsichtbar sind. Und so kann ich, werde ich demnächst, in Zukunft keine Verlosung mehr machen. Wie auch immer. Wenn keine Abonnenten sich zeigen, wie kann ich sie sehen, dass, wie kann ich sehen, dass sie sich, äh, dass sie mich abonniert haben. Ist so. Wenn ihr mich, äh, gerne schaut, dann müsst ihr auch sichtbar sein. Weil sonst sehe ich euch nicht. Leider. Aber ist so. Und, äh, unbedingt schauen, äh, bis zum Ende. Und dann seht ihr, was ich meine. Und wenn ihr, ähm, ähm, wenn das klappt mit Sichtbarkeit, dann mach ich gerne weiterhin Verlosungen. Und, äh, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr meinen Kanal, wenn solche Videos nicht mehr verpassen, Unboxing und so, mach ich total gerne. Jetzt zu Weihnachtszeit noch nicht. Wir haben erst Oktober, aber die machen schon alle jetzt sowas. Und deshalb wollte ich auch mal nicht ganz so viele, weil man ist ja nicht reich, ne. Und, äh, ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß. So, die Nummer 4, ähm, your face in my favorite thing to look at. Die Nummer 4, so ein Schattelchen, ein Kajalpensel, aber in, äh, die Farbe 08 Teddy in Braun. So was trage ich nicht, generell nur Schwarze. Vielleicht, lasst euch überraschen. Nummer 4, Nummer 5, wieder so eine kleine. Ganz schwierig sind für mich. Die Kinder spielen im Kinderzimmer. Heute haben wir ja Feiertag. Oh, schönen Nagelstick, aber ich mag die nicht so gerne. Die hier. Und jetzt kommen wir schon zu Nikolaustark. Mal schauen. Nikolaustark ist hier oben. Sprint Magic, so der Spruch. Ich hab auch online gesehen, dass die auch eine, ähm, eine Kollektion rausgebracht haben, ähm, Pinsel von dieser, von dieser Edition. Und hier steht, you highlight my life. Oh, schön. Oh, schön. Ein Highlighter. Die werden, äh, ich, äh, verrate euch jetzt was. Ich werde das an euch, das ist mein erstes Produkt, die ich an euch verlosen werde. Weil generell, ich hab schon Highlighter jetzt gerade vorhin, äh, nicht vor langer Zeit gekauft. Deshalb brauch ich die nicht. Und einer von euch wird sich freuen. Erstmal mein erstes Produkt von dem Kalender. Die Nikolaust, äh, mach ich euch extra zur Seite. Machen wir mal weiter mit Nummer 7. Habe ich vorhin gesehen, da wieder so eine kleine Schachtelchen. Hm. Wieder ein kleines Nageljag in Rot. Ja. Aber ich sag jetzt nichts mehr. Ich hab nur ein Produkt gesagt. Und dann schaue ich weiter, was ich an euch verlosen. Aber freut euch drauf. So vielleicht die Hälfte werde ich verlosen an euch. Und ja. Nummer 8 ist auch so eine kleine Schachtelchen. When in double but red lipstick on. Bestimmt ein, äh, irgendwas für die Lippen. Oder täusche ich mich da. Ah, diese kleine. Die Kinder streiten sich wie immer. So. Ah, ein Schleif. So, ein Nageljag. Oder? Ah, schön. So hier der Spruch. Irgendwie. Believe in the power of lipstick. Auf lipstick. Hahaha. Sehr schön. Ich mach grad auf. Kurz auf. Oh. Irgendwie ist da der, der. Sieht so aus. Aber das, das, das klebt da oben. Seht ihr was? Das klebt da oben. Hab ich. Oh, leider. Aber wenn ihr mögt dann. Oh, die ist ja schön. Mal schauen, ob ich an euch verlosen. Ist auch schön diese. Die Kinder spielen grad Playstation. Beide. Aber heute ist ja Feiertag. Sind alle zu Hause. Numero neun. Mach ich jetzt. Oh, das. Hier. Der Größe. Ist leicht. Äh. Äh. I love the shape of you. Okay. Soft contouring. Achso. Lippenliner. Passend zu. Ne. Das ist eher so. Lippenliner. Aber. So grau. Äh. Grau. So. Bärige Farbe. Passt nicht so ganz zu der Lippenstift. Weil der rot ist. Ja. Aber vielleicht kommt dann noch eine. Ein Lippliner. Dann machen wir mit der 10 weiter. Oh. Nicht mehr so viele. Mit der 10 weiter. Wieder bestimmt eine kleinere. Genau. Ich wollte der Video nicht so lang machen. Aber bei dieses Schachtelchen. Make someone happy today. So eine äh. Für Geschenke. Zum Packen. Für Geschenke. Äh. Ich glaube diese ähm. Geschenkanhänger. Genau. Sechs. Das sind sechs. Steht hier sechs Geschenkanhänger. Äh. 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 Ja. Vielleicht für die Kinder. Zum Weihnachten. Braucht man immer ne. Wenn man Kinder hat. Nr. 10. Nr. 11. Das ist schwer. Wieder ein äh. Lippen. Lippen. Wieder ein Nagirl tank. Meine ich. In der Farbe 04. naughty or nice. Nicht so meine Farbe. Aber so glittrig. Mal schauen. die zwölf gleiche never stop believing genau so ist das wenn man das tut dann ist man schon immer immer träumen an man mit ein süßer botschaft belief in magic nummer 13 ist hier unten, bisschen größer i make brow contact before i make eye contact ein eyebrow in der farbe 04 blond vielleicht aber vielleicht passt das mir mal schauen ob ich den behalten werde ich hab noch kein eyebrow und so das ist so blond steht hier aber ist zu hell für mich ist zu hell so nummer 14 hier ist schwer take care of you love ah schön ein hand nourish nourish and cream and cream sieht einfach sehr sehr edel aus also übrigens ich habe mich heute geschminkt nicht viel weil ich mich nicht so viel schminke auch im alltag so ich habe von der Adventskalender von Action den Lip Liner, Lipstick und die Mascara auch und ich finde das ganz schön hier alleine der Lippen es klebt auch nicht Lippenstift sehr schön so nummer 14 dann die Numero vielleicht noch nicht dauert nicht mehr lange 15 relax baby ah toll eine Badebombe sowas finde ich immer toll das riecht auch sehr lecker Nummer 16 oder ja Nummer 16 ist wieder so eine kleine du want makes your soul shine ok sehr nagellacklastig bis jetzt 4 lagellacklastig aber ist schön trotzdem die Farbe finde ich schön x xmas steht drauf und die Farbe 01 holly holly jolly christmas ex christmas steht drauf sind fast gleich die aber ein braun und gold gold dann machen wir mit 18 wir haben schon 15 minuten sollte der nicht so lang machen weil bei meinen äh action war der extrem fast 30 minuten glaube ich oder numero 17 hier gleich nebenan die lese ich gerade nicht ull oe control paper diese zum ähm das matthias spezialpapier absorbiert über schlüssige tag und befreit die haut von glanz für ein schnelles erfrischendes make up ja sowas ist auch praktisch wenn man viel make up trägt ja ah diese schleimige dinge frosch im hals so nummer 17 nummer 18 hab ich da was vergessen? glaub nicht 14 hab ich hier schon ja 18 komm kiss me darling ja lippenstift irgendwas für die lippen color changing lipstick und steht keine nummer drauf sowas oh was ist das für eine farbe was ist nicht so meins oh sorry ich hab das kaputt gemacht mit dem deckel aber ist nicht schlimm man so 18 komm schon baby 19 nebmann twinkle 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 little star look you beautiful you look how beautiful you are schöne spruch ah die sonne wieder ah schön mini spiegel ah das hier sieht ja schön aus mini spiegel ja ihr seht die sonne ist gerade raus gekommen ist schwer doing my nails in my cardio aha wieder ein nagellack oder wie wieder ein nagellack oder wie ho 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 mag ich auch sehr gerne diese bärigen farben ähm 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 sorry für meine frosch ähm äh 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 ähm ähm message stickers also Botschaften ah sehr süß Believe in magic just smile All you need is Kaffee and Mascara. Hahaha. Hier. Sehr schön gemacht. 15 Stück sind sie ja. So 22. Noch 3 und dann haben wir es geschafft. 22. Schwer. You will nail it today. Schon wieder ein Nagala. Aha. Ein Noel. Das ist französisch Weihnachten. Dunkelrot ist der. In der Farbe 06. Meet me under the mistletoe. Aha. Spreche ich das richtig aus? So. 2, 5, 6 Lippenstippte. Bis jetzt 6. Ok. Hätte ich mir vielleicht noch eine Mascara gewünscht oder Fake Lashes oder so. Obwohl ich die nicht trage. Aber so viel Nagellack braucht man auch nicht. Aber naja. Sorry. 23 hier unten. Mal Glitter is always an Option. Ja. Bracelet, Ring und Armband Tattoos glaube ich. Oder? Ja. Ring und Armband Schmuck Tattoo. Aha. So was habe ich noch nie gesehen. Aber sowas benutze ich generell nicht. Obwohl das schön aussieht hier. Na ja. Vielleicht. Mal schauen. So jetzt kommen wir zur Letzte. 24. 24 ist hier unten. Da. Oh schön. Eyeshadow Palette. Toll. You look beautiful today. Thank you. Oh. Die Schutzkappe ist heute. Aber siehst du jetzt schön aus. Schaut mal. Oh. Die ist ja niedrig. So eine kleine Palette. Meine Stimme ist weg gleich. Schön. Ja. Gefällt mir. 9 beautiful eyeshadows. Ja mein Lieben. Das war es dann mein Adventskalender Unboxing. Ist um. Leider. Und die ist auch leer. Aber finde ich schön trotzdem. Aber 6 Nagellacken hätten sie vielleicht was anderes reinpacken sollen. Anstatt so viel Nagellacken. Aber naja. Müssten sie selber wissen. Und jetzt machen wir mit den Sachen was ich an euch verlosen werde. So. Ganz spontan. Aber ich habe mir noch nicht geschaut was ich verlose. Aber mal schauen. Jetzt schaut ihr. So. Einmal diese Baked Metallic Highlighter. Geht an euch. Dann bekommt ihr von mir 4 Nagellacken. Einmal diese Dunkelrot. Die normalen Roten zum Weihnachtszeit. Diese Glitzerer. Dunkel. Und diese so. Auch so goldig. Mäßig. Metallisch. Dann bekommt ihr von mir Nagellacken. Nagellacken Sticker. Für die Nägel. Und für die Armband und Ring. Dann noch diese schöne Handcreme. Diese All Paper Control. Die Badezusatz. Diese Eyebrow in blond. Und diese Kajalstift in braun. Weil ich steck ja nur schwarze. Eine Mini Nagelfeile. Auch. Und diese Message Sticker. Fast alles übrigens. Und. Und. Believe in Magic. Ist für euch so ein extra. Äh. Damit ihr immer dran glaubt. Immer. dran glauben. Äh. Und ja. Äh. Dass alles besser wird. Dass alles gut wird. Und ja. Das ist für euch so ein ähm. Wie ein Schutzengel. So. So ein Amulett. So. Extra für euch. Und das ähm. Top Produkt. Was ich verlose ist. Die schöne Aishero Palette. Auch für euch. Mit diesen neuen wunderschönen Farben. Und you look today beautiful. You look beautiful today. Hey. Ach sehr schön. So mein Lieben. Ihr bekommt das alles von mir. 16. 16. 16 Artikel. Fast mehr die Hälfte. Mehr die Hälfte vom Kalender. Und ja. Wie gesagt. Alles unten. Bitte lesen und sichtbar. Weil sonst. Ja. Braucht. Ähm. 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 Macht ihr. Braucht ihr gar nicht mitzumachen. Weil. Und ich freue mich. Wenn ihr. Mitmacht alle. Und. Ähm. Wünsche noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.